Wir leben in einer waldreichen Gegend. Als Harzer Volksbank sind wir in besonderer Weise mit der Region verwurzelt. Zu unseren Stärken gehören die genaue Kenntnis des Marktes und der persönliche Kontakt zu den Menschen seit Generationen. Für unsere Mitglieder und Kunden sind wir nicht nur einfach Banker, sondern Begleiter und Vertraute. Sicher sind wir uns schon einmal begegnet. Wir leben und arbeiten in der Region. Wir zahlen hier Steuern und geben zur Stärkung der heimischen Wirtschaft Impulse. Wir unterstützen und engagieren uns, fördern sportliche, soziale und kulturelle Projekte. Nur wer Menschen auf Augenhöhe begegnet, kann sie verstehen. Wir orientieren uns deshalb an klar definierten Werten. Die Harzer Volksbank als eingetragene Genossenschaft ist ein Gewinn für alle, weil bei uns die Mitglieder oder Teilhaber im Fokus stehen und eben nicht eine Gewinnmaximierung. Denn bei uns steht an allererster Stelle die Förderung unserer Mitglieder. Wir laufen keinen Börsentrends nach. Deshalb unterstützen wir Ihre Vorhaben nach allen Kräften. Verantwortungsbewusstsein ist unser Antrieb. Wir sind neugierig. Wir wollen wissen, was unsere Kunden bewegt. Ideen, Anregungen und Kritik bereichern uns. Von heute denken wir an morgen. Durch verantwortungsbewusstes Handeln sichern wir Ihre und die Zukunft Ihrer Bank. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei.